vom eise befreit sind strom und becher durch das frühlingsholden belebenden blick zum osterspaziergang durch unser frankfurt nimmt der beppe euch jetzt virtuell mit hallo meine lieben es gibt jetzt ab heute jeden tag bis ostermottag ein kleines osterei aus unserem schönen frankfurt was die wenigste kenne was die wenigste wisse und hier an der liebfrauenkirche der kapuziner sind ja schon mal an der ersten stelle was die wenigste wisse wenn ihr so steine rausschauen das sind noch teile der alten stadtmauer der staufmauer die hier entlang lief ungefähr diesen weg ja und deswegen da oben wenn ihr noch mal schaust da ist eine tür die ins nichts führt und diese tür ging damals auf den weg und dann oben auf der stadtmauer lang laufen konnte es gibt viele geheimnisse hier von der liebfrauenkirche zum beispiel war die ja in der stadtmauer mit integriert und damals haben die mönche durch einen geheimgang durch ein geheime türchen was kaum einer wusste sondern nur die hier am kloster waren da haben die manche leute aus frankfurt raus geschaffen und vielleicht auch leute die es nicht durfte auch wieder rein geschafft das war das große geheimnis damals hier in frankfurt wie genau die stadtmauer die alte stadtmauer von frankfurt verlief ich weiß nicht ob das reicht der oster spaziergang durch frankfurt mit baby der generiert bei youtube und facebook so manchen klick wir gehen jetzt gleich in die zweite folge und wenn ihr mich likt das wäre meine bit zufrieden ja auch zitt groß und klein hier bin ich mensch hier darf ich sein